Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2017 auf meinem Kanal. Ich wünsche euch das aller allerbeste. Ich wünsche euch ganz viel Liebe, Freude und viel Erfolg im neuen Jahr. Ich wünsche euch, dass ihr das erreicht, was ihr erreichen wollt und dass ihr euch auch darüber freuen könnt. Und ich wünsche euch einfach nur das Beste. Und ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und alles ist gut und ihr hattet eine schöne Zeit gestern und habt das Feuerwerk genossen. Wir sind nicht rausgegangen, aber wir sind bei uns in den siebten Stock gegangen und da hat man eine richtig gute Aussicht über das Feuerwerk, ohne direkt da neben den Böllern zu sein sozusagen. Und es war einfach wie ein Märchen, weil wir haben da so ein paar, so was wie kleine Mini-Zwiebeltürmchen, die direkt da vor dem Feuerwerk waren und das sah richtig schön aus. Ja, so habe ich Silvester verbracht. Und jetzt im neuen Jahr wollte ich nämlich, das ist die Ankündigung, die ich machen möchte. Eine 31-Day-Raw-Vegan-Challenge machen. Und zwar bedeutet das einfach nur, dass ich mich den ganzen Januar hinweg roh-vegan ernähren möchte. Und ich habe das schon mal ausprobiert, habe es aber nicht durchgehalten. Und jetzt möchte ich es nochmal richtig machen. Ich habe mich die letzten Tage auch schon mal darauf vorbereitet, indem ich mehr rohes Zeugs gegessen habe und weniger gekochtes. Auch gestern habe ich eigentlich nichts gekochtes gegessen. Ich habe mir, als wir alle zusammen Sushi gemacht haben, habe ich mir roh-veganes Sushi gemacht. Das werde ich euch bestimmt demnächst auch mal zeigen, weil es einfach richtig geil war. Und ja, ich möchte eigentlich das mal ausprobieren, roh-vegan zu leben. Einfach um zu gucken, ob es mir gut tut, also wie meine Energielevel so sind, ob ich mich besser fühle, ob ich mehr Energie habe, mehr Power und mehr Lust. Und gucken, wie es meiner Verdauung gut tut oder ob es voll überhaupt nichts für mich ist. Ich habe mich viel damit beschäftigt und ja, habe auch viele Rezepte rausgekramt und viele Ideen. Und ja, ich möchte das eigentlich eher aus gesundheitlichen Gründen machen. Ja, eigentlich machen es ja alle aus den gesundheitlichen Gründen und vielleicht auch so ein bisschen die psychischen Gründe. Und ich möchte auch, glaube ich, eher weniger super trockenes Zeugs essen. Also klar, ich werde auch meinen Dehydrator bemühen und vielleicht mal rohes Brot machen und Apfelchips und so. Aber ich würde versuchen, so viel wie möglich richtig krass wasserhaltige Sachen zu essen, weil man sich da einfach so richtig gut danach fühlt. Und was mir jetzt auch schon aufgefallen ist, was ich, glaube ich, relativ wichtig finde, ist, dass ich wirklich am Anfang, glaube ich, darauf achten muss, dass ich auch ab und zu mal ein paar Datteln in meine Smoothies werfen muss, vielleicht ein bisschen mehr Banane benutzen muss, weil ich sonst nicht so richtig satt werde. Ja, aber darüber kann ich ja auch noch die nächsten Tage reden, denke ich. Ich wollte das Video kurz und knackig halten, damit ihr das wisst. Und ja, ihr könnt eigentlich sozusagen jeden Tag ein Video von mir erwarten, in dem ich euch zeige, was ich gegessen habe. Und das Video, was ich, also das, was ich heute gegessen habe, das zeige ich euch dann morgen. Weil ich ja spätabends dann noch was esse, zum Beispiel. Und weil mein Internet richtig langsam ist und weil das sonst nichts werden würde, ich könnte euch das sonst nicht zeigen. Also, seid gespannt. Ich freue mich drauf, wenn ihr dabei seid. Und ich bedanke mich schon mal jetzt fürs Zuschauen und wünsche euch einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Auf Wiedersehen. Und dann geht's. Vielen Dank.